Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisanda, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisanda gelaufen sein. Also, laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich habe einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Wir haben gerade ein Eis zusammengegessen. Ja, aber woher soll ich wissen, dass du Geburtstag hast? Ich habe heute Geburtstag. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich heiße übrigens Julia. Und du? Heinrich. Das ist ein Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020